So, nächster Run, auf geht's. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich so viel Laser wie möglich rein kriege. Deswegen auf jeden Fall auch nur normale Spells deaktivieren. Boah, krass, kann man das gar nicht schleißen, glaub ich. Doch so teuer, hm? Ja, Orbit werde ich nicht brauchen, genauso wenig wie Hover. Einer geht noch. Adoration kann eigentlich auch aus, ne? Ja, bin ich mal gespannt. Dieser wäre cool, wenn man nochmal 5 Spells plus, dann würde ich noch 5 Rares jetzt rausschmeißen, hier. Schauen wir mal, was das jetzt gibt. Hier geht es amoral. Und ansonsten haben wir jetzt noch einige Hover zurückzuschneiden. Bet họcintechруkt. Jetzt müssen wir noch ein sehr guter Tag durch罰. Lasst Hoffnung unsere Treuhe, ist der nächste Ort. Ja, jetzt gibt's das Dinge, dass die Neustach Philip adventure wird. Und das Loat noch über Hugh música, der Runden gibt. Neustach stagesend Words, dann muss ich nicht mehr machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich habe schon mal die halbe Miete, Volley und Scatter Ein Volley brauche ich, damit es billiger wird und ein Scatter brauche ich, damit ich mehr als drei oder vier Spells feuern kann Damit die Laser dann am besten nur noch 0,1 Mahn oder so kosten, dann hat man da nämlich auch keine Probleme Und dann Crit, ich brauche jetzt Crit ohne Ende Also Crit Maske und das Schwert must have jetzt, ich hoffe das Spiel gönnt Da wäre schon mal der erste Laser Perfekt Können wir von mir aus auch mal einstellen, dass in der ersten Welt keine Statuen kommen können Da wäre jetzt eine Kiste, wäre mir lieber gewesen Der Dodge Master ist wieder am Start Okay Hahahaha Die Pile Dämpi 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 We Dämpi Dämpi Ja, genau. Ich habe echt ein Talent dafür, mich treffen zu lassen. Ach komm, als ob. Endlich nochmal ein Relikt, guck mal, ich habe jetzt ein Relikt. Traurig. Oh, nice. Wow. Nein. Ja, wow, das hat sich ja gelohnt. Scheiße, ich hätte mich beide auf einmal nehmen sollen, ich trottel, ey. Ich hätte nur den Cup of Green nehmen sollen, dann wäre das halt weg gewesen von mir aus. Ach, scheiße. Ja, wie gewonnen, so zerrottet. Ich glaube, das Relikt war da oben rechts aber schon, bevor ich, bevor der, bevor die Deaktivierung aktiv war. Und ich glaube echt, der Cup of Green hat sich einfach gerade selber removed. Das war ja gerade Epic-Fail, Junge. Jetzt kriege ich ja auch nur so eine Kacke, ey. Das Problem, ich komme jetzt auch gar nicht rein, weil ich den Stamm nicht kaputt kriege. Ich habe keine Scheiße drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist jetzt gerade echt reulig, die Relikte. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Navigation nehmen auf jeden Fall gar nicht mit können natürlich wieder gar nichts schon Bostheim Schimm mal eins mit, dann habe ich schon mal eins Der Bost, der würde es aber anders essen Hachi! Ja... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jawoll Ich nehme alle mit Da ich heute wieder so gut im Dodgen bin, mach ich mir auch keine Sorgen Ja, ich nehme alle mit Das Reliquen mit Penetration wäre auf jeden Fall noch ganz hilfreich Ja, ich nehme alle mit Na toll, muss schon eine Kiste liegen lassen Es sei denn, ich finde hier jetzt noch einen Schlüssel Das ist schon mal gut Was haben die jetzt heute hier aber komisch? Finde ich jetzt Banane? Ja, ich nehme alle mit Gibt es das denn? Aha! Komm, jetzt bitte gib mir einen Schlüssel Danke Ja, sehr gut Jetzt brauche ich aber ganz schnell einen Shop, Freunde Ja, ich nehme alle mit 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 Shop, habe ich gesagt Stop, habe ich gesagt Fuck, die Kiste ist los. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Ah, nächste Forge geh ich rein. Nee, komm, es geht in den Shop, das ist das Scheiße. Jetzt müssen die ganzen Kisten auf der Strecke bleiben. Gebt mir doch jetzt einen Shop, Mann. Ach, nö, jetzt muss er noch einen Seitenraum liegen lassen. Ey, Katastrophe, ehrlich. Das ist mir auch noch nie passiert. Ach, Mann. Zwei Kisten und Zeitraum. Komplett schlecht. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Richtig schlecht. boah hallelujah aber ist viel zu spät jetzt richtig gräulich endlich ja 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 Ja, Expansion Stoning Ja und der muss ja mit, ne? Verdopplungstrank muss mit, okay, ist jetzt eh nur kacke, dann benutze ich den direkt, ach warte, äh, stimmt, das wird ja auch, äh, Geding-Sidong-Sidong, ne? Gut, Schlüsselproblem auf jeden Fall gelöst, aber zwei Kisten und einen Raum verpasst, sehr, sehr schade. Bruch Nice. Ja, die Kisten hätten eben kommen sollen. Die man aufmacht mit Leben. Ich muss nur sagen, der Spell im Seitenraum ist mir noch relativ egal, aber ich hätte halt schon gerne gewusst, was in den beiden Kisten war. Ja, die Kisten. 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 Ja. Ja. Ich leule kein Geld, so ein Dreck. Machen wir erstmal ohne den Scatter, mit Penetration. Ich mach die Kugel rein. Naja die ist irgendwie kacke. Dann halt noch ein Sunder Chor von mir aus. Das Relikt Space können Wände penetrieren. Ich glaube der wäre auf jeden Fall echt hilfreich. Gerade wegen Navigation. Multishall auch wichtig. Und auf jeden Fall Money, 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 Money. Ich glaube ich drehe die Kugel aber trotzdem weg. Das ist zwar immer geil mit diesen 100% mehr Schaden, aber das Laser ist halt viel schneller als die Kugeln. Ich hab kein Schild, ne? Bisschen. Ja. 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 Aber vom Schaden her an sich geht das eigentlich klar. Oh, nice Der wäre auch sehr geil Also nicht wegen dem Zauberstab, wegen den Spells Und ich glaube, den werde ich wahrscheinlich auch gar nicht brauchen Ich bin gierig auf die Spells, muss ich sagen Perfekt Nehmen wir auch mit, passt Klar, im Moment habe ich noch mal ein Problem Aber das wird sich noch ändern So Ach Mann Ja, ja, komm Na klar, gehe ich auf die letzte Sekunde noch in einen rein Ich bin vom Schaden an sich, das ist gar nicht so verkehrt Ach ne, ich muss Crit, Crit muss hoch erstmal Gold ist zweitrang, ich brauche es zwar auch, aber ich habe das Schwert auch schon auf Stufe 2 Nein, da langt Schlüssel Okay, Schlüssel brauch ich eh nicht mehr Start auf zu fallen Start auf zu fallen Start auf zu fallen Das hat sich jetzt zwar nicht so richtig gelohnt, aber komm Wenn jetzt mal ein Flugraum kommt, dann bin ich auf jeden Fall vorbereitet Ich brauche nur noch 2 Navigation, ich habe schon Navigation++ Ich glaube Penetration war auch gar nicht so schlecht für die Laser, oder? Das Getter, da machen wir auch nichts mehr dran Ich könnte 8 Lasern, ich glaube sogar 10 Ich glaube sogar 12, wenn ich noch Volley Plus kriege Ich gehe weiter, ich habe mir so viel Geld Ich behalte das erstmal Mal gucken, was da noch kommt Mal gucken, was da noch kommt Passt auch so eigentlich Ja, Shop kann ich mir leider nicht leisten Also gut, die Spells schon, aber wenn das andere jetzt irgendwie ein Lebensraum gewesen wäre, dann wäre ich auf jeden Fall in den Shop rein, aber so lieber erstmal Geld Das ist nicht schlimm Hat sich nicht gelohnt für 2 Keys Okay, jetzt sind wir jetzt los Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob es bei Laser Sinn macht, mit Reflection zu arbeiten, weiß ich jetzt auch nicht. Der muss auch den Pfeil weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Schwert und Crypt-Maske, ne? Und die Glatze, die Glatze wäre jetzt noch übertrieben gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Schwert, sehr gut. Dann gehen wir jetzt auch wieder in die Forge. Obwohl ich gar nicht so viele hab eigentlich. Ja, wobei die Rune, das kann auch weg. Ja doch, ein bisschen was geht schon. Ich muss sagen, bin ich gar nicht so scharf drauf. Wolli Plus Plus ist auf jeden Fall sehr geil. Ich stehe jetzt dringend. Ich geh glaube ich mal in den Shop. Ja, Traction auf jeden Fall. Nochmal Crit. Und nochmal Lasern. Perfekt. Die lasse ich aber jetzt erstmal noch aus. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld. Ich könnte jetzt wieder ein bisschen drehen und die Laser verbinden. Aber machen wir bei der nächsten. Wie gesagt, Penetration ist halt gar nicht so wichtig. Oh, das könnte gut werden. Was haben wir hier drin? Schade. Ist aber geil. Aber Gold wird auch geil gewesen. Zwei Diamanten. Komm. Ich denke, hat schon gelohnt, oder? Boah, das Ding, ne? Ich hasse diesen komischen Schwanz. Der ist… Mich irritiert das immer voll. Aber wie gesagt, Penetration macht halt eh keinen Sinn. Weil ich habe hier schon… Wenn halt aus Penetration und Reflection wird, ne? Das gilt dann ja wahrscheinlich auch für die Normalen. Schätze ich das einfach mal. Boah, krass. Schon vierte Welt? Ich habe noch so wenig Space gefühlt. Das ist ja noch am besten hier, ne? Hier kriegt es immer auf jeden Fall safe. Schaden muss halt hoch, ne? Ne, davon werde ich jetzt nichts mitnehmen, ne? Weil das hat nur das eine Level, ne? Nehme ich das mal mit für den nächsten Raum. Dass wir da vielleicht bessere Sachen kriegen. Ja, Schwert. Ich hätte das Schwert jetzt gerne auch auf Stufe 5. und die Glatze. Dann wäre ich schon fast voll zufrieden. Oh, Cooldown ist aber gar nicht so gut. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob die Forge, die lohnt sich grad nicht so wirklich. Lieber noch ein paar Spells sammeln, ne? Ja, du mich auch, ey. Boah, die sind so räudig, diese scheiß roten Pfeile, ne? Ja, ehrlich. Ja, ich brauche halt immer Spells gerade. Ist er das? Zwei Stück brauchen wir noch. Multishot Plus wäre auch noch geil. Also wie gesagt, Navigation auf eins reicht mir eigentlich. Ich glaube, ich drehe das gleich. Oh. Da wir gerade über Multishot reden. Die war nicht so, dass ich heute nicht so anfange. Ich bin so wichtig. Da wird dann einfach nicht ganz gut empfiegerieren. Wie soll ich gerne die Vorstellung und dann immer? So geht das? Die Vorstellung gehen. Wie soll ich mir wirklich? Wie soll ich immer noch mit dem Platz. Ich hab dich nicht ansretbar, wie sollst du auch immer noch mit das Wasser? Ja das ist das Wasser sicher. Ich hab dich nicht ansretbar. Ich habe dich geöffnet. Ich habe dich irritiert. Accelerator könnte eigentlich schon ganz lustig sein. Oh, okay. Ja, den brauche ich nicht mehr, zweimal Tracking jetzt an sich auch nicht, aber... Der fließt, den mag ich nicht. Och, nö, ehrlich, ne? Ja, ich... Ich werde jetzt einen Weg in die Mäste newsletter nutzen, und ich werde jetzt einen Weg in die Mäste nutzen, weil ihr ja calculate, wenn man das eine Mäste schnell durch funktioniert. Und jetzt ist es wichtig, dass der Mäste zu den Weg in die Mäste zu stellen ist, er wird bestimmt ein bisschen mehr an, weil der robust braucht. Und jetzt wird es wichtig, dass der Mäste zu testen ist, wenn man das eigenständig ist, dass der Mäste zu testen ist. Und jetzt wird es umMother IN-Dorf-Rufe mit dem, den hinsert ein pandemic. Und jetzt wird's ein bisschen besser ausgeführt. Aber jetzt wird es ein bisschen besser ausprobieren... Ich hasse es, ne? Oh Gott! Danke, haben wir schon mal das? Danke, haben wir schon mal das? Ja, fast, das muss noch hier hin. Schrecklich. Schrecklich, ähnlich. Aber hat sich gelohnt, würde ich mal behaupten. Ich will eigentlich nur Laser haben. Ich glaube, ich drehe das. Wobei, ne, ich gehe in den Spellraum. Das ist okay. Schon der Winiboss. Oha, oha, oha. Schaden ist gar nicht so verkehrt. Das ist auch schon mal wieder besser als der eine. So, mehr Slots und jetzt bräuchte ich aber den Scatter. Mach einmal Schaden raus. Hau den Scatter hier rein und dann noch den Laser. Ja. Ja gut, das musst du eh wieder Combination machen. Ich habe irgendwie noch gefühlt viel zu wenig Laser. Ja, muss ich ja mal sagen. Was? Die scheiß Pfeile, ne? Nein, die Munzen verschwinden, ja, fack. Ich hoffe, da kommt noch ne Foulscherz. Und noch mal ein Upgrade fürs Schwert, das wär so perfekt. Ah, der Schlüssel ist nicht so schlimm. Ach komm. Oh, nice. Also gut, die Maske ist da auch sehr geil, aber hätte ich halt gar nicht gebraucht. Aber dann kann man das auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Und das auch sogar schotten. Ja, was packt mal rein. Nehmen wir noch einen Multishot von mir aus. Mach den Braten jetzt auch nicht fett. Und dann pack ich noch mal einen Laser rein, dann wird es nämlich wieder billiger. Gut, ich mein schadentechnisch ist natürlich nicht so der Birne auf dem Papier. Aber gegnertechnisch werden wir doch gut weggeschmolzen. Geld reich für die Forge, oder? Wenn ich eins nicht brauche, dann Cooldown. Ich bin eh bei Null. Ich brauche jetzt einen Forge, Kollege. Danke. So viele Räume kommen nicht mehr. Ich habe noch zwei Stück jetzt nach der Forge. So, Frage ist jetzt. Huch, genau. Ich brauche es weg. Dreh ich den. Ich bin bei 90 Prozent. Wenn ich da jetzt noch einen Laser 2 mache, wäre es viel geiler für mich. Genauso mit Navigation. Soll ich das drehen, oder nehme ich Navigation Plus 2 mit? Bei Navigation Plus 1 reicht eigentlich aus, aber komm. Was soll's. Was soll's. Was soll's. Wobei ich hätte die auch zusammenschmeißen können. Ebenso. Ich bin wieder. Komm, gönn mir einen Laser Junge, ich brauche noch nicht so viel Geld jetzt. Oh Mann, leck mich doch. Ach Scheiße. Ach, ich habe noch den Trank. Perfekt verkackt. Tja, es liegt auf jeden Fall noch viel Müll rum. Ja, den Shop brauche ich jetzt eigentlich nicht. Null Münzen lohnt sich nicht so gut. Strong Traction plus 2 wäre auch gut. Fack, schon verkackt ey. So wieder verkackt. Ach, gibt's nicht. Ach Mann. Muss ich aber gleich. Ne, es wird schon wieder nichts. Hätte fast geklappt. Ne, den Weg hätte ich schon gebraucht. Ach, leck mich doch. Mann. Jetzt hätte ich mich hier hin gemusst und dann abgaben. Da habe ich mich auch schon wieder verkackt. Ach, das ist aber auch gerade. Ich bin nicht konzentriert, ehrlich. Jetzt fehlt mir der hier. Ach, das ist aber auch echt. Was mache ich denn sonst? Hä, sonst klappt das immer so ruck zuck. Ich check gerade nicht, was ich falsch mache. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Schwere Geburt, mein Gott. Ich brauche halt Kohle. Wäre ebenso geil gewesen, wenn ich noch Laser 2 bekommen hätte. Hier wäre nochmal ein Laser 2, ne. Aber das Spiel gönnt jetzt gerade gar nicht. Is. Wenn siis C werk объklebst ist, ersten Putz... Da geht es aber locker hin um D french. Ich schl Mal巧, kein- анgen-dannat am Datum. Spannende hochgelegen. Ich habe hier noch funktioniert. Aber ich kann dabei sein, wenn ich holiday getumbles mit einem Gelich. Ich habe jetzt leider auch Luna, was für ihr zu verstellen. Ich gehe mal so excited. Aha, und. Ab dem установ Sou plays. Peach f того, die padres lieber fractions. Da, ist genau. Wenn dasrestrial,웃 michchen- Wobei dasел ist ja sonst noch nicht. Seit emperor. Na, das war's. Scheiße. Freu dich. Das Schwert auf 5 wäre halt noch einfach perfekt gewesen und die Glatze. Tja, und den Stab, den ich gerne hätte, kriege ich auch nicht. Freu dich. Das versuche ich aber direkt nochmal. Ich gebe nicht auf. Das ist halt auch komplett räudig, ne? Final Damage 30. Das ist gut, das ist auch gut. Dann gönn doch jetzt nochmal eine Forge und direkt auf Anhieb. Laser 2, Laser 2. Das wäre jetzt auf jeden Fall Premium. Schade. Aber so mit dem Bild wird das nichts. Nee, nicht ansatzweise irgendwie. Ach, schade. Schade, schade. Schade. Schade.